Das ist jetzt unser Ernest. Kann schon viel los hier. Wie lange will er denn... Wir bleiben beim Plan. Schließt auf ihn, bis er tot ist. Bewegung! Ich dachte, er sollte mich lebendig fassen. So hab ich's gerne. Weiter so weg, wenn ich da habe großes von dir rein, Junge. Was hartiges! Ja, weg von dir auf jeden Fall. Zwei Granaten. Entweder ist er tot oder... naja, hoffentlich ist er tot. Aua. Aua. Ich bin immer noch da. Ich hab eure Granaten voll abbekommen. Keine Sorgen. Wir müssen die Ruhe, wenn wir haben. Könntet ihr euch da drin ein wenig verhalten? Ich hab heute noch jede Menge Leute zu töten. Ach! So machen wir das, wo ich herkomme. Wie dumm. Ich hasse diese Räume, hab ich das schon mal erwähnt. Ding Dong, der Batz ist tot! Welcher Batz? Der dumme Batz! Ding Dong, der dumme Batz ist tot! Aber ganz ehrlich, ich finde selbst diese Death Screens sind manchmal echt genial gemacht. Also da würde ich gern auch mehrere von sehen, aber ich hab auch gleichzeitig keinen Bock zu sterben. Haltet den Joker auf! Der Mission Bitches. So. Das war einer von euch. So. Kann ich das mitbekommen? Scheint nicht so. Wow. So down. Das sind echt viele. Hups! Sagt unseren Freund Willi! Lachen! Oder war das Timo? Mario? Hehehehahaha! Auf geht's! Jetzt will er uns ausgeschmacken! Hey! Wo? Oh... So... Dollygack. Ich muss dich leider durchaus recht viele Kugeln einstecken. Hallo! Bin unten im Hüffel-Schacht. Wie würdest du mich eigentlich sehen von da aus? Da! Da ist ein Sniper! heard... Oh, hi. Äh, was? Nein, du hast mich nicht. Aber dieser Typ hier. Wo bist du? Mein Sonnenlicht. Ja, ist doch gut jetzt. Okay, wieder tot. Ey, diese Szene sind einfach so unnötig. Die sind einfach unnötig. Der Batz ist tot. Welcher Batz der dumme Batz? Ding Dong der dumme Batz ist tot. Ja, wir wissen's. Ich mach's jetzt mal anders. Wie gesagt, die Wagen. Wenn der Praktikantinnen würde sie den Frust nie geben. Halt die Fresse, Loser. Sonst polier ich sie dir. So richtig. Erschießen sie mich doch einfach. Ich glaub, ich werd dich erst bleiben lassen. Scheiß Job. Immer Befehle von egomanischen Packnasen befolgen. Hoch bitte, Batman. Ja, natürlich seht ihr mich. Natürlich seht ihr mich. Was denn sonst? Ich bin ich nicht. Ich schalte gerade euren Scharfschützen aus. Hey, Kumpel, alles okay? Hahaha. So. Tut mir leid, dass ich jetzt gerade leiser bin, aber ich versuche mich hier gerade zu konzentrieren und die Leute einigermaßen auch so schalten. Komm her. Nicht hoch. What the fuck? Die hat sich gerade hinter mir, vor mir runtergesprungen im Endeffekt. Das zeigt jetzt relativ. Komm jetzt her. So. Es werden weniger. Ich weiß nicht, ob du jemals wieder laufen kannst. Ich verdrossel sie doch nur. Und den nächsten. So. Wer fehlt jetzt noch? Du hast mich gesehen, oder was? Hier drüben! Hier drüben! Jetzt hat er mich gesehen, auf jeden Fall. Mach bitte schneller. Mach bitte schneller. Das ist nämlich der Letzte. Ich will jetzt nicht an den verrecken. Es heißt... Es heißt, dass ich dir jetzt ins Gesicht trete. Und wenn jemand gefragt hätte, hätte ich nicht gesagt, ist es nicht mehr schrecklich da. Harle Quintzel, oh Gott. Ich wollte mich nach den Geiseln sehen. Vielleicht wissen Sie, wo der Joker ist. Ja, sie weiß bestimmt, wo er ist. Das ist seine Verbündete. Die da. Harle Quintzel. Alles in Ordnung. Was kümmert Sie? Sie wurden fast ermordet. Oh. Gehört zum Berufsrisiko. Hören Sie. Ich weiß, warum Sie hier sind. Er ist im Panopticon. Und er wartet auf Sie. Okay. Vorsorge. Mist geht nicht. Bleiben Sie hier in Sicherheit, bis die Polizei eintrifft. Klar. Zwischen lauter Cops fühle ich mich bestimmt viel sicherer. Reitortisch sollte man das. Harte Zeit. Okay. Zugang zu Zellenblock B. Mein Oman. Voll im Arsch. Alles interessiert mich. Ein Scheiß. Freakshow. Hey. Er hat Zoll gespielt. Cool. Würde ich gerne mal mit zugeguckt. Interessant aus. Wo ist meine Fledermaus? Oh, wo kann sie sein? Bei deinen Idioten. Sein Trick. Sein Fünster blänkig. Und wer sucht sich mein Fein? Ja. Ja. Wenn es Spaß macht. Wie gesagt, das aktiviert er von selbst, wenn ich in so einem dichten Rauch bin. Das bin nicht ich, der das aktiviert. Zauberei! Nein! Gitsch. Uh! Voll die Goofies hier manchmal, ey. Nein, legen lassen. Ich weiß, ich habe meine Schockhandschuhe, aber solange hier keine Fetten oder so sind, dann bräuchte ich es auch gar nicht. Ah, er hat mich erwischt. Nein! Gitsch. Headshot. Naja, oder Headtritt. Nett von euch, mir gleich die Türen dafür zu öffnen. Ha, 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 ha. So. Gehen wir doch mal weiter. Anscheinend hat der Joker Angst vor mir. Deathstroke. Wollte mich nicht rauslassen. Aus gutem Grund. Ich mag's nicht, wenn man meine Zeit verschwendet. Mich töten zu wollen, war eindeutig Zeitverschwendung. Ha. Nun, deswegen musst du keine Angst mehr haben. Es sei denn, ein anderer bietet 50 Millionen Mäuse. Ich hatte keine Angst. Warte, im Gegenteil. Ach Gott, ey. Aber er ist doch geflohen, oder nicht? Wie ist er denn gefangen? Verstehe ich ehrlich gesagt nicht so ganz. Hat er sich nicht mit einer Flashgranate verpiss? Warum tut er das? Jetzt geht's rund. Schnauze. Jetzt geht's einfach rund. Ich grad auch nicht. Doch, hat mein Batman auch grad die Dings aktiviert. Oh, meine... Handschuhe sind schon leer. Egal. Egal, da sind sie wieder an. Jetzt oder nie. Ich würde eher sagen, nie so viel ihr auf Fresse kriegt. Mal ehrlich, tut das nicht weh? Da sind sie wieder aus. Schnauze, verdammt. Salat. Dass du jetzt grad wegfliegst? Ich bin voll nicht dafür, dass ich stillhalten muss. Oh, da steht noch ein Großer. Den hab ich ja noch gar nicht gesehen gehabt. Momentan hast du deine eigenen Leute-Kopfkürzer gemacht. Warte kurz. Da ist er schon down, der Große. Okay, komm her. Du und ich. Bam. Wie gesagt, das ist einfach nur noch unnötig. Ein Raum gefüllt mit Gegnern. Mehr war das hier grad nicht. 17 Gegner waren hier drin. Mehr war hier nicht. Das ist einfach nur noch da, um teils zu schicken. Ich mein, klar. Dass in dem Gefängnis natürlich alle meine Feinde sind. Das ist logisch. Noch ein paar Schritte, dann siehst du, was ich für dich vorbereitet habe. La, was mir zufühlt. Du hast schon wieder einen Raum gefüllt mit Gegnern. Der schließt da direkt von hinten kommt, Alter. Wow. Das nennt man A drücken. Werfen sie hier. Wow. Obwohl dieser Raum hier echt fies ist, was die Gegner angeht. Ouch. Ich hab's auch genossen. Weg. Jetzt brüllt der Typ auf mich ein, oder was? Jetzt geht's hier los, Alter. Verpisst euch. Momentan schon. Oh, come on. Da, ich hab dir jetzt das Maul. Ah, okay. guests. Vielen Dank.